Ich habe noch irgendwelche Bolschen in meinem Haar. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe vorher gesagt, dass die Models dann irgendwie kommen. Ich habe jetzt einen Angler geschossen, den siehst du nicht. Ich bin zu spät. Willst du in die Lagerhalle, Adam, oder gehst du nach hinten? Also, nicht in die große Lagerhalle, da gehe ich nicht rein. Ja, das hat jemand in die Lagerhalle. Big surprise. Oh, jemand auf mir. Komm. Ich habe eine MP7. Eine LMG. Ist der unten drin, oder? Auch, ja. Naja, hier ist keiner. Ist er rausgeräumt. Noch eine MP7. Ich habe einen gedowned. Einen habe ich gedowned. Muss ich mich halten. Ich habe den ein paar Mal getroffen. Der hat nicht mehr viel Rüstung. Der hat damals kämpft. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Reif. Okay. Oh, sorry. Von zwei Seiten. Ripped. Wo kamen die alle her? Alter, eine RPG auch noch? Ich will so auch noch einer hinten. Das waren drei. Angle. Angle. Ha. Ja, nein. Nein. Er ist dort Mitte. Er geht jetzt auf die linkseite. Er ist ganz links. Danke. Ich habe das erste GULAG, den ich mit dieser UR einen Autoshotgun gewonnen habe. Ich habe mit dieser Sonne aufgefallen. You're welcome. Ähm. Nein, ich gehe mal hier hin. Ja, ich habe irgendeine andere Shotgun. 7-2-5. Ich weiß es nicht. Wuuu. 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 W kaderied zu noch objective? Fihat ihn. Nice. Au, fuck. Das ist so heiß. Ja schade. Ich meine ist es Aqui erwähnt. Naja... Sind bei dir Gegner oder seemed cool aus. Ich nicht gut packe. Ja, dann können wir, glaube ich, zusammentun für uns. Komm, ich komm, gib mir mal 500, dann kaufe ich den Drop. Was meinst du hier? Was ist denn das? Willst du Richtung Bounty gehen oder willst du es lassen? Ah, Storgetown. Kommst du Roger hierher oder? Oh, ich habe jetzt was gehört. Ah, die haben eine Crate gerufen. Ja, dann willst du mir noch 100 geben, dann kaufe ich mir noch eine UAV oder sowas. Oh, ein Airstrike. Ah, okay, unser Bounty ist tot. Ich hole die nächste. Ach, ist mir egal, was du kaufst. Ich muss noch Plates kaufen. Ich glaube, ob ich da noch was sehe. Wie viele Plates hast du? Danke. Ja. Komm mal her. Wenn ich jetzt 5 komme, wird nämlich eine gedroppt hinter mir. Ich habe nämlich eine. Die Bounty ist close bei mir. Ja, wir gehen hin. Okay. Erstmal zum Drop, Roger. Oder erst die Bounty? Nee, nee. Kack grad hier. Das sind bestimmt die vier, die haben's gekillt. Die sind sehr close. Ja, ja, da. Ich kann sie nicht taggen. Es sind alle da. Alle drei. Sind untagbar. Es sind alles Kreuze. Aber es stehen alle hier. Und jetzt hier. Kann ich hier mit der Javelin wegmachen? Oder eher net, gell? Es stehen alle. Einer pushed links. An der Wand entlang. Hier. Da ist der andere Punkt auf, darling. Das war die Bounty. Ich hab den. Hier ist der andere. Einer rechts im Haus. Einer rechts beim Haus. Ja, da. Ja, nice. Jetzt hier drin. Und ist weg. Ja. Du hast doch UAV, oder? Willst du mal machen? Ja, ich mach die rein. Ah, mir? Nein, ich hab einen Airstrike. Achso. Hab ihn. Down. Down. Ich hab nach ihm gedowned. Das ist ein neues Squad, oder was? Vielleicht Selfrass. Oder halt Gulag. Keine Ahnung. Also, ich hab meinen... Ah, ich bin rein oder? Ich hab den Bild. Ja, dann... Sind die als Gulag, oder... Keine Ahnung. Hier, Roger. HDR. Ja, ich hab den. Nee, expekte. Ja. Ja, äh... Wir haben hier einen Shop. Wieso mal hingehen? Und es kann sein, dass die vielleicht nochmal hierher kommen, ne? Wenn sie gewinnen. Wir wollen bestimmt die Shit wieder. Wahrscheinlich. Wir sollen da hochgucken denn. Ich glaub da Blades. Ich hab voll. Ja. Ja. Ich hab noch 11 Vs. Ich bin 1500. Dann kann ich mir einen UAV kaufen. Äh... Da. Oder dann fehlt noch. Da. Ich hab genug. Ich hab... Frage ist halt, kommen die wirklich hierher? Oder die verlieren alle ihr Gulag Match? Ja. Ja. Nehm ich gerne noch. Ja. Ja. Ich hab's gesehen. Der war hinter... Ah, ah ja. Da hinten war der. Hinter der Halle jetzt. Hinter der großen. Oh, der kommt zu uns. Ja, sie sind hier. Ja. 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 Weiß ja nicht. Nein. Die rotieren jetzt in die Halle rein. Mach ich mir weh. Das sind vier. Das sind vier Gegner. Oder haben die ne Decoy. Decoy Granate, oder? Ja. Ich muss hier kurz halten. Ich muss hier kurz halten. Aus Osten. Ich geh ein bisschen weg. Ah, dann von rechts. Dritte Squad. Ja, ich geh ein bisschen weiter weg. Scheiß drauf. Jetzt Marker mit der Javelin. Da schieben sie sich auch nach links, oder nicht? Wollen auch die Bounty holen vielleicht. Vielleicht haben sie dieselbe. Ja, ich weiß nicht. Ja, sie kommen her. Oder vielleicht sind sie immer noch drin. Schwere zu sagen. Was soll ich? Ja. Ein Down. Da sind noch in der Halle dran, oder? Vielleicht oben. Vielleicht oben. Ja, ist oben drin. Oh, hinter mir wird auch noch auf mich geschossen. Oh, weg hier. Ach, weißt du was? Oh, wo? Run. Hier kurz einen Drop. Ja. Adam, du bist dann alleine. Ja, ich guck, ob ich die seh. Er ist oben. Hat er rausgesnipet aus dem Fenster. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Oh. Oh. Was? Oh. 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 Der ist da oben. Oben. Oben links. Oben links. Oh. Noch einer. Noch einer. Ich hab Selfrass. Hinter dir. Hinter dir. Ich hab auch Selfrass. Ich stun ihn. Ich stun ihn. Gestunt, 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 gestunt. Schade. Sorry, sorry, sorry. Egal, egal. Egal, egal. Ja, ja, schon gut, schon gut. Ich hab... Hast du einen White bekommen? Dange? Oder... Nicht, dass ich wüsste. Nein. Nein. Okay. Ja. Wir müssen Plates kaufen. Also, ich muss Plates kaufen. Ja. Ich auch. Ich bin... Die sind in der Nähe, ja? Also... Ja, es sind vermutlich die, die vorhin auf mich gesnipet haben. Die sind in der Nähe. Ich geh ins Haus. Ich geh ins Haus. Ich geh hoch. Ja, ich geh rück. Down. Wo sind sie? Ja, bei der Halle. Ich geh da selber. Warum wusstet ihr, dass die in der Nähe sind? Ist doch rot! Fred Level rot. So. Äh... Müssten mal hier auf die Treppen gucken, Dange. Ich hab keine Plates. Ja. Auch keine mehr? Ja. Die sind wahrscheinlich schon hier im Haus drin oder so. Ich weiß nicht. Oder looten, ja. Ja, also ich schau sonst mal raus, Adam and Du. Ich kann meinen Airstrike nicht benutzen. Okay. rum. Wenn man in der Bounty ist, kann man keine Streaks nutzen oder was? Weiß nicht. Glaub ich nicht. Wüsste nicht warum nicht. Er ist hier. Der ist ja am Treffen. Lass ihn rauskommen. Ich hab hier einen kleinen Türschlitz. Ich hab nur einen gesehen. Ich hab ihn gewollbanked. Getürbanked, Isabel. Okay, der hat auch geblieben. Also. Plates kaufen. Holt euch nochmal Severs. Getürbanked, Alter. Ja, ich hab einfach durch die Tür geschossen. Ja. Ich kauf nochmal. Armourplates. Hier. Was gab's die alle? Zwei Stück. Ich nicht, nein. Aber das ist nicht so gut. Ich kann dir eine kaufen. Heli? Das ist ein Job für mich. Ja. Rausgejumped, Alter. Alle rausgejumped. Okay. Lass uns nochmal UAVs kaufen. Können wir einen Airstrike drauf machen oder so? Hast du die Geistmaske aufgenommen? Ja, ich hab sie. Wo sind sie? Hinter der Halle? Weiß nicht. Ja, komm. Könnt ihr mir... Könnt ihr mir... Könnt ihr mir Geld... Ja, ich wollt grad sagen. Könnt ihr mir Geld geben, damit ich wegkomme? Ja, ich kann dir dann auch noch Geld geben. Ja, dann probier's. Äh... Ja. Da wärst du mehr. Hast du noch mehr? Ja. Ich hab jetzt... Genau wieder 100, wie vorhin auch. Ja, wir müssen weg. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Nicht so weit, aber... Sind links im Auto ausgestiegen. Links, wo die Lupe ist, wo das Auto ist. Da sind... Die sind wieder eingestiegen. Ja, ja. Bei uns, ne? Ja. Ist er ausgestiegen? No. Sind zu zweit. Ich hab ne Rüstung kaputt gemacht. Ich hab ne Rüstung kaputt gemacht. Noch einer. Auf hier, Alter. Drei, down, down. Drei, ne, ne. Eines, zwei, es hat noch zwei. Just one shot. Gestunt, gestunt. Ich kann dich holen, Roger. Ja, ist gut. Drei, 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 drei. Ja, der hat bestimmt... Ich hatte keinen Winkel. Ich war da hinten. Ich war da hinten. Ich noch? Nein. Ich kann dich holen. Ah, komm. Auto links. Nee. Äh, wir müssen... Wir haben gar nicht genug Geld, oder? Nee. Ähm, ich bin dann durch die Muni durchgelacht. Ich kann da droppen, was du willst. Wenn du am B-Tantisch rot und gestorben bist. Schießt jemand von da... Oh! Von hinten, von hinten! Von oben, oben, oben irgendwo! Kannst du dich self-ressen? Ja. Ich mach ein Jöiwi rein. Ähm... Nein, ist gut. Auch hinter uns, hinter dir. Einer ist weg. Einer da. Ja, es ist noch einer dort. Ja, ja. Ja. Ja, ich weg. Ja, da vorne. Ja, da vorne. Das ist ein Decoy, Decoy, Decoy. Ja. 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 Ja, ich hole ihn. Ja, ich hole ihn. Ja, ich hole ihn. Ähm... der halle oben sein. Sind da nur Leute links von uns irgendwo? Ja. Ja Adam, findest du das ne gute Idee? Ich will nicht zum Job gehen, ich guck nur wo der Typ oben ist in der Halle. Ich seh nix. Fahrzeug. Schlechte Position hier irgendwie. Da war grad BW zu sehen. Das ist n Decoy glaub ich, oder? Das ist n Decoy. Sollen wir links oder rechts? Nein, wir sind drin. Ist da noch einer in der Halle da, oder was? Ne, vielleicht sind die schon gerannt oder so. Einnehmer Fahrzeug. Ja. Fallschirm, links von uns, Osten. Auf dem Dach gelandet der. Nein, nein, nicht auf dem Dach. Ich hab zwei, dreimal getroffen. Da ist noch einer. Ja, der hat bestimmt Teammates so, deswegen ist er da unten. Down? Ja. Okay. Ja, ich wollte der Stryker, aber es war schon sprouted. Rechts gibt's die Flüsse. Wie viel Plates habt ihr? Fünf. Könnt ihr mir jeweils eine geben? Hab ich vier. Hint Downs. Oh, nice. Die hätte ich nicht mal getroffen, nice. Ich hab dich irgendwie aufgesammelt von dem. Nice. Ich hab noch einen Airstrike, immer noch. Auch. Aber der ist verwirrt gewesen. Der hat, äh, ja. Also ich hatte schnell Downs. Ich glaub, es kann keinen Schuss nicht treffen, aber äh. Keinen Schuss nicht. Hier liegt noch Plates. Falls ihr voll machen wollt. Wo wollen wir hin? Einfach über die Stryker. Vielleicht hier so, diese Kuppe da. Die wäre drin. Da haben wir ein bisschen Deckung. Prrrr. Mal probieren. Ich guck nochmal nach hinten. Okay. Ja, da sind Leute hingeparachut. Ja. Ja. Äh, rechts rum. Habt ihr Raketen für mich? Äh, ja. Ja, hier eine. Ich bin voll. Da müssen sie wieder aufrotteln. Eine Rakete. Okay, die eine kannst du mir geben. Ich hab nämlich grad nochmal geschaffen. Ja. Die rechts entlang. Ja. Ich glaub. Ja. Ich glaub. Ich guck mal, ob die da oben sind. Auf dem Dach! Auf dem Dach! Auf dem Dach! Ja, ich sehe sie. Soll ich hier wie machen? Oder noch kurz warten bisschen? Wir sind ja nicht grad so in der Zwickmühle noch nicht. Wir sind ja nicht grad so in der Zwickmühle noch nicht. Sniper ganz links, ganz links. Sechzig, sechzig. Ja. Down. Tono. Marco. Ich glaub einen. Von rechts oben ist er angeschlossen. Sniper. Ja. Der Sniper. Hier. Sniper. Im Haus. Ich mach jetzt den UAV gleich. Oh man. Er ist parachuted. Es sind zwei Autos da. Der Sniper weiter unten. Der Sniper ist offen. Der Sniper. Der Sniper. Neben mir. Was? Ok. Der Sniper», der Sniper ist. Er ist und taucht, ich bin auf dem Dach. Er ist auf dem Dach. Noch einer da oben, stark gedämmt. Ein bisschen weiter links, aber da noch. Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn gut getroffen. Da ist er. Da. Ähm. Swipe. Noch zwei. Hier ist im Haus drin, bestimmt. Ist, ne? Kein Sprengstoff mehr. Zwei, ja, zwei Gegner. Ja, hast du ja gesagt. Ja, das Haus ist aber drin, ne? Jemand stimmen oder so, vielleicht? Ja. Okay. Hibst du gut auf. Ich habe zwei, aber ich weiß nicht, ob ich einen stoppen kann. Einer noch. Hier oben, ne? Nix, nix, nix. Ich bleib jetzt hier. Ich gehe nicht mehr weiter. Na, gucken. Der muss unten sein. Oder ganz oben, ne? Oben oben, ich sehe einen Schatten. Ich sehe einen Schatten. Ja, der ist down, der ist down. Ja, nice. Ja, man. Ja. Nice. Three in a row? Easy. Mal kurz pissen. Bis gleich. Ja, ich auch. Mal kurz pissen. Bis gleich. Ja, ich auch. Dr. Dr. Ja, ja. cracking. Das ist wieder. Das ist wieder. Das ist wieder. Bis zum nächsten Mal. 's.